Und? Du datest jetzt also ein Buchhalter, oder? Owen. Ein Bauchredner? Hör auf. Du liebst ein Trottel? Deshalb sind wir nicht hier. Ich weiß, warum wir hier sind. Für eine Rettungsmission. Um Dinosaurier von einer Insel zu retten, die bald explodiert. Was kann da schon schief gehen? Blue ist am Leben. Du hast sie großgezogen. Verdienen diese Tiere denselben Schutz wie andere Spezies? Oder sollte man sie einfach sterben lassen? Diese Geschöpfe waren vor uns hier. Und wenn wir nicht aufpassen, sind sie auch noch nach uns hier. Du kennst mich. Lauf! Lauf, lauf! Lauf! Das Leben lässt sich nicht einsperren. Das Leben überwindet alle Barrieren. Das Leben findet einen Weg. Lauf! 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 Untertitelung des ZDF, 2020